Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Euromax Leben und Kultur in Europa. Hier in Deutschland ist momentan Wahlkampf, denn am 24. September wird der nächste Bundestag gewählt. Wir stellen Ihnen heute einen Fotografen vor, der die Politiker ins richtige Licht rückt. Und außerdem haben wir dies hier für Sie. Fast 50 Parteien stehen Ende September zur Wahl, aber nur sechs haben ernsthafte Chancen, Abgeordnete in den Deutschen Bundestag zu schicken. Alle anderen werden vermutlich an der sogenannten 5-Prozent-Hürde scheitern. Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin werden übrigens nicht direkt gewählt, sondern vom Bundestag. Die Spitzenkandidaten der beiden großen Parteien trafen sich am Sonntagabend wieder zum traditionellen TV-Duell. Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU und ihr Herausforderer Martin Schulz von der SPD standen vier Journalisten Rede und Antwort. Wer das Duell gewonnen hat, das ist wie immer so ein bisschen Auslegungssache. Für Politiker ist es aber unabhängig davon heutzutage wichtiger denn je, sich in den Medien zu präsentieren. Und er hilft Ihnen dabei. Wir haben einen Pressefotografen getroffen, der auch Angela Merkel und Martin Schulz seit vielen Jahren kennt. Und ganz egal, wo auf der Welt Sie wohnen, auch Sie haben die Wahl und können dafür diese Kamera hier bekommen. Bei unserer Zuschaueraktion. Wir möchten von Ihnen gerne wissen, welches Ihre Lieblingsthemen bei Euromax sind. Reisen, Kulinarik, Kunst, Mode oder vielleicht doch lieber Musik? Gehen Sie einfach auf unsere Internetseite auf www.dw.com-lebensart und wählen Sie aus den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten Ihr Lieblingsthemengebiet aus. Als Dankeschön verlosen wir diese schöne Sofortbillkamera. Und jetzt geht's weiter mit dem Euromax Express und da gibt's gute Neuigkeiten. Einen ungewöhnlichen Dokumentarfilm hat eine Mutter aus Italien gedreht. Rennen, Toben, Rumspringen, der Bewegungsdrang von Kindern ist für Eltern oft eine Geduldsprobe. Maria Serena Mignani hielt aber nichts davon, ihren Sohn zum Stillsitzen zu zwingen. Stattdessen filmte sie seine Leidenschaft für die Sportart Parcours von klein auf. Etre et durée, was auf Deutsch so viel wie Sein und Durchhalten bedeutet, ist das zentrale Motto der aus Frankreich stammenden Fortbewegungskunst. Und genau so heißt auch ihr Dokumentarfilm. Zusammen ist man weniger allein. Das gilt auch beim Wohnen. Eine aktuelle Ausstellung im Vitra Designmuseum in Weil am Rhein in Süddeutschland zeigt gerade neue Wohnmodelle gegen die Einsamkeit in der Großstadt. Privatsphäre und soziales Miteinander müssen demnach kein Widerspruch sein. Und wer sich auf das Experiment einlässt, könnte nebenbei sogar noch Geld sparen. Neue Ideen machen ja immer auch neugierig. Der Sommer ist gerade im Endspurt. Auf der Nordhalbkugel beginnt am 22. September der Herbst. Aber das ist kein Grund, traurig zu sein. Denn auch hier in Deutschland gibt es bis dahin sicher noch ein paar schöne Tage. Und Eiscreme geht doch sowieso immer, oder? Wenn man sich durch die Trends dieses Sommers durchprobieren möchte, hat man eh noch einiges zu tun. Oh, lecker. Da kriegt man sofort Appetit. Unsere Zuschauerin Maria del Carmen Lama hat's gut, denn sie hat den Sommer dieses Jahr noch vor sich. Sie lebt nämlich auf der Südhalbkugel, genauer gesagt in Südamerika. In Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires. Die Beatles dort hinterlassen haben. Und was es in Liverpool sonst noch zu sehen gibt. Das war's schon wieder von uns für heute. Nicht vergessen, Euromax gibt's immer auch auf unseren Internetseiten und auf Facebook. Tschüss, bis morgen, wenn Sie mögen. 5. 6.